Hallo liebe Foto-Freunde, hier ist der Maik. Um Gottes Willen, nicht noch ein Seifenblasen-Video, ein gefrorenes Seifenblasen-Video. Ich weiß, es gibt zuhauf da draußen wirklich tausende Videos in diesem Format und jeder zeigt seine Seifenblasen gerade aktuell. Deswegen springe ich auf den Zug einfach mit auf und zeige euch auch heute mal meinen Versuch von einer gefrorenen Seifenblase. Bei mir war es nicht ganz so einfach. Vielleicht als kleinen Tipp vorab, es muss tatsächlich wirklich sehr, sehr kalt sein. Ich habe es bei mehreren Temperatursprüngen probiert, also erst bei minus 2 Grad, dann bei minus 4 Grad und dann auch bei minus 6 Grad. Und erst mal angefangen zu tauen, haben die Seifenblasen tatsächlich bei mir so ungefähr so ab minus 4, minus 5, minus 6 Grad. Umso kälter, umso besser, umso einfacher kannst du das Experiment nachmachen. Aber es ist nicht so einfach gewesen, denn für meinen Teil sind die Seifenblasen nicht so richtig cool gefroren. Das war eher so milchig, sage ich mal. Von daher muss man da auf jeden Fall ein bisschen rumprobieren. Was brauchst du erstmal dazu? Ganz einfach, ein Glas Wasser logischerweise, ein kleines Strohhalm, um nachher deine Blasen damit machen zu können. Spülmittel habe ich probiert. Ich habe jetzt hier sowas probiert, also normale Spülmittel. Ich habe auch vorher so eine Art Baby-Spülmittel probiert. Wir haben so ein sanfteres Spülmittel, wenn wir da Sachen mit auswaschen müssen oder ähnliches. Dann nehmen wir das und das ist nicht so gut gewesen, weil der pH-Wert anscheinend nicht so hoch ist, an Anführungsstrichen. Deswegen würde ich dir empfehlen, normale Spülmittel, fit oder was auch immer du hast zu Hause, das einfach benutzen. Ruhig viel davon reinmachen in das Glas, also ruhig, dass der Boden so ein bisschen bedeckt ist. Mehr Spülmittel ist besser, weil dann wird es schäumiger, sage ich mal. Und du hast ja die Möglichkeit später eine bessere Struktur auf jeden Fall hinzubekommen. Und was du noch machen kannst, ist einfach Zucker zu nehmen, vielleicht ein bis zwei, sage ich mal, Teelöffel mit reinmachen in das Glas. Schön verrühren, denn dann ist der Effekt da, dass diese Eifenblasen auf jeden Fall ein bisschen haltbarer sind. Das heißt, sie werden ein bisschen fester, aber da musst du so ein bisschen das Mischungsverhältnis auf jeden Fall finden. Also ich sage mal, so ein Löffel bis anderthalb, zwei Löffel sind Maximum. Nicht mehr Zucker reinmachen, weil dann, wie gesagt, ist es sehr, sehr milchig nachher, die Seifenblase. Ja, und dann probiere einfach mal aus. Vielleicht hier noch ein kleiner Tipp von mir. Bei mir war es so, ich habe auf verschiedenen Oberflächen das Ganze probiert. Auf Eis, auf Holz, auch so ein bisschen auf Untergründen mit Struktur drin. Am besten war es jedoch dann, sage ich mal, auf dem Briefkasten beispielsweise, weil der aus Metall ist oder auf so einem Metallrohr oder ähnliches. Da haben die tatsächlich bei mir am besten gehalten und sind auch am schnellsten gefroren. Alle anderen Oberflächen, sage ich mal, da ist es schon ein bisschen kritischer, da ist es nicht ganz so einfach. Und dann, ja, cool wäre natürlich, wenn die Sonne irgendwie ein bisschen im Hintergrund aufgeht, also wenn du kurz vor dem Peak bist sozusagen. In der Mittagszeit nachher, auch wenn es kalt ist, ist es nicht so gut, weil dann die Erwärmung der Luft ist schon so stark, sage ich mal, dass die Seifenblasen in der Regel nicht mehr so schön gefrieren. Auch ich hatte, wie gesagt, schon meine Probleme damit, dass meine Seifenblase schön gefriert. Und von daher habe ich auch nicht so ein schönes Foto, das zeige ich euch aber gleich mal. Wenn du aber coole Seifenblasenbilder gemacht hast, dann zeig uns die doch mal. Also lasst uns mal so eine kleine Challenge draus machen. Wer hat das schönste Seifenblasenbild? Das könnt ihr mir auch gerne mal schicken, einfach an moin.maik-herfurt.de und da mache ich das nächste Mal nochmal ein extra Video dazu. Und dann können wir ja mal so eine kleine Challenge machen. Also könnt ihr mal abstimmen, welches Seifenblasenbild nachher, sage ich mal, von euch gewinnen soll. Ihr könnt auch dazu gerne auf Instagram meinen Hashtag benutzen, herfurtfoto und dann sehe ich auch eure Seifenblasenbilder. Also macht da gerne mit, würde ich mich freuen, wenn wir da mal eure Bilder zu Gesicht bekommen. Hier nochmal mein letztes Bild quasi, was ich ja vorhin gemacht habe. Wie gesagt, ich habe nicht so viel Glück gehabt. Bei uns war es auch leider nicht ganz so kalt hier in der Gegend, aber für den Anfang finde ich es ganz okay. Ja, von daher, wie gesagt, ist das mein, sage ich mal, mein finales Bild geworden. Wenn das interessant für dich war, dann würde ich mich freuen, wenn du das Video teilst. Kommentiere es auf jeden Fall, vergiss nicht, die Abo-Glocke zu drücken und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß mit deinen Seifenblasen-Fotografie-Fotos bei schönem Wetter, bei sehr kalten Wetter und wünsche dir ganz viel Glück damit und ganz viel Spaß. Also, bis zum nächsten Video, mach's gut, dein Mike, bis bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank.